sind wir wieder zurück er hat es nicht gemacht fährt anbinden eh was hat das denn gemacht vorne steht gerade Anke und dann wieder nicht wo steht die Scheune schon so hat es schnell hingebaut ich gehe mal rein ins gemütliche Heim jetzt schon mal ganz gut aus ich glaube ich muss hier rechts rein ja das sieht nach meiner Bruder aus durchsuchen schließen wo kann ich mich jetzt umziehen schlafen R1 ach hier kann ich schnell reisen ich will mich aber umziehen wo geht denn das denn jetzt das ist ja jetzt komisch also zumindest ach hier ist die Küche Mensch gute Arbeit geleistet schade ich kann nicht spielen hier kann ich mich setzen ok 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 cool 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 und hier könnte ich mich waschen und so mit Badezülle mit Badezülle Rassurenzülle ist noch gar nicht da da ist mein Hut ich will ihn haben geht nicht es ist zum Verzweifeln Lass sie schauen ey Mensch jetzt renne ich hier immer noch mit diesem scheiß Hut rum egal Mensch na gut jetzt nix muss ich halt mit diesem scheiß verfickten Hut hier rumrennen was ist hier los wo ist er auch da ist hinten also gut wie war dein Weihnachten ich war Geld du denkst du komödie du hast einen tollen Job die Crew hat mir geholfen das Haus das Haus das Haus schau an das ich kann nicht glauben ich bin verletzt danke du bist es ist für ein Das war's für heute. Hörn und Hound, the forest friend, his past the husband's shears. As now there's hallowed when we send the broadside to Mount Sears. As now there's hallowed when we send the broadside to Mount Sears. Come hustle, bustle, drink about, and let us marry thee. Our hand is full of coming down, and then our hands to see what's gonna see. We spend on shore on sweethearts and are wild. But who doesn't cut the neck up? We spend on shore on sweethearts and are wild. And then my boys' hoist sail, the more lost past his sails' lives. And then my boys' hoist sail, the more lost past his sails' lives. Come bustle, bustle, drink about, and let us marry thee. Our hand is full of coming down, and then our hands to see. Yeah! Oh man ey. Kann man nicht mal ausschlafen. Oh nö, jetzt hat er den scheiß Hut wieder aufgesetzt. Warum er sich diesen scheiß Hut aufgesetzt hat ey. Schön beschissen ey. Let's go. Ah, nö. Fuck your shots. I tracked up to the road. Pick up the trail there. Shit. It's like I forgot about him. We shouldn't have been ready. It happened. There's nothing we can do. Try and get him back. We let our guards down for one more. Hush. Easy. Up here. You see that? Bloodhead. Dear Lord. They've gone up towards tall trees. Come on. Ah, Uncle wird aber nicht tot sein. Das weiß ich. Don. Look. We should agree on something. If it's really bad. This might not be about saving. Oh, der Hut ist so schlimmer der. If it's really bad. Aber besser als wenn ich noch den ganz großen Mexikaner-Hut. Unsombrero. Haha. Scheiße. I mean you can live a week without a scout. But it ain't a good week. A gunmoon? You can live a month. But it's horrible. What they've done to him. I killed them already. With only hurt to come. We get it. And we see. Okay? We'll make it his call if we can. But it may be we have to die. Diese Skinner, die machen einen auf Dicken Max, ey. Ich finde sie jetzt Anklänge, oder? Okay. Okay, Schatz. Ich dachte du bekommst ihn, was ist denn mit dir? Sie waren für uns. Der Kanzler sollte kalt sein. Er sollte besser sein. Halt deine Hände, wir finden ihn. Komm schon. Halt. Auf der links. Halt. BAM! Jetzt leck dich! Noch ernsthaft? Du hast keine besseren Hütte, oder? Du hörst das? Ja. Du hörst das? Ja. Du hörst das? Ja. Du hörst das? Du hörst das? Wenn er mit dem Körper geht, dann muss er sein, dass er offen ist. Ich denke, dass ich etwas sehe. Ja. Ja, das muss ich sein, Cam. Was haben wir da gemacht? Lass uns auf den Bouldern gehen und schauen uns. Häng in da, old man. Kletter doch auf da! Ich kann ja jetzt nicht erkennen, ich höre hier einen rumjummen. Habe ich Fendelas? Was ist das? Was ist das? Oh! 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 Was sind das so kranke Schweine? Ich bin da, warte. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich bin egal. Komm schon! Schau! Oh! 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 Okay, Schatz! Oh! Oh! schlägt mich ja klar ein kleines stück holz rettet ihn noch ok auch lecker Tot ihn! Welche werden wir auf dem Weg? Wir müssen ihn aufhören! Okay, wir haben Zeit. Los geht's, Uncle! Los, spinnen. Pop, pop. Du bist ein bisschen verbrannt. Jetzt geht's. Steht doch gar nicht in der Scheiße. Du bist ja fast durch, ey. Wer bleibt hier? So, okay. Oh komm Oh, Alter, ich kam noch nicht mal zu, weil die so schnell hintereinander schießen. Was ist das denn? Leck mich doch am Zückerli hier Das gibt's doch gar nicht Oh, Alter Zück doch, deine Scheiße Ja, komm, Alter, zück doch, deine Liebe, ja, ja, ist gut So Nein, ich... Was mach ich denn? Och ja, ist gut, Alter, nee, der ist jetzt hier verkackt Ich will... Tasche Komm, noch mal, ess noch was Er wollte mich messen Sau Stirb Ach, Mann Ich konnte kotzen, Alter, was ist das hier? Meine Fresse Meine Fresse Ey, Zeitwand... Ne, weiß ich nicht Der stirbt hier so schnell, ey Ist doch nicht normal Ey Nee Nee Mann Jetzt nimmt gleich das Ding hier Stirb, Junge, runter da Ja Du auch Komm her Wo ist er? Ah, hier ist tot Kick Hallo Ja Stirb einfach nicht Und er ist tot Du wirst mich hier nicht mehr sehen, Jol. Bleib hinter mir. Alter, der Schubs führt doch nicht hier in der Ecke. Ich bin zurück. Ich denke, wir sind sicher. Komm, hol ihn auf deinem Hord. Hä? Hä? oh oh ja er ist ein Scooter Ach komm, Alter. Ach, da ist mir fehlt. Und los. Alter, reib doch los, Mann. Oh ja, das ist gut, Alter. Kick, Alter. Das war ja ein Krampfer, ey. Das war ja ein Krampfer, ey. Sieht aus, wenn du einen roten Klobahn hättest, Ankel, aber, naja, witzig ist es nicht. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja ein ganz schön sommerend geholt, Mann. Ich bin tot, Mann. Nicht so viel Sinna mal, Mann. Dann nicht wirklich denken, du wirst du wirst. Es wird okay. Ein paar Tage, du wirst du einfach nicht. Du bist ein survivor. Easy, easy. Er wird gut. Du denkst, dass er zurück wird? Ich, aber ich wundere. Wir müssen uns töten, die meisten. Und das ist deine Land. War es ihr einmal? Ich glaube nicht. Die Männer sagten, dass die Skinnern über zwei Jahre alt sind. Sie sind nur Menschen auf einem Rampag, als wir in ihren Weg sind. Ja, genau wie wir sind. Vielleicht sollten wir die Torturie nehmen. Wir haben uns singen, statt der Torturie. Wir werden hier sicher sein, John. Hm? Du, deine Familie? Und du wirst sicher sein. Ich hoffe so. Ich hoffe wirklich. Wenn sie zurückkommt... Das werden sie schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich, ziemlich sicher. Ja, ja. Na, damit kennt er sich aus mit der Scheiße. Warum hat er schon wieder diesen Aufzug an, ey? Na ja. Na ja. Na ja. Ach, guck an. Ich binanstaltet. Ich bin... Euch noch... Sie müssen wohl nicht die kleinen niceenлов Почему was für Sie. Ach趣 해 Sie Lancez das Gefühl haben. Sie centralt gut? Ja noches. Sek Pet weiter. Kann ich gleich mal Bagelchen? few ho equals einmal mal was. So Green bloß, man. Ja, ich habe ihn ein bisschen Zeit, er wird warm. Es gibt einen Ort, der du hier hast. Es ist dein. Ours. Ich sollte dir sagen, dass dieser Mann. Wer ist mein neues Rufus? Oh, das ist Rufus. Er ist loyal, dumm und angreifend, also er hat uns geheimnis. Ist das deine Idee für eine Sprache, Frau? Ich glaube. Komm schon! Ah, geile Sache. Ist wieder zurück. Schön, schön. Kann ich mich jetzt hier umziehen? Geht das schon? Mir kann ich essen jetzt. Schon mal schön. Ne, was ist denn das? Ah ne, Stall ausmisten und sowas. Aber rasieren ist wohl noch nicht möglich, ne? Hm. Sonst mache ich das ganz einfach. Ich reite einfach zum Barbier. Denn ich will nicht wie so ein Unmensch aussehen. Sondern wie ein normaler Zivilisierter Mensch. Und dann komme ich zurück. Das ist mir sehr wichtig. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Was ist denn mit dir? Sei nicht so stur. Rachel. Meine Güte. Okay. So, einmal rechts rum. Und Kamera. Kinokamera. Schnell mal. Schnell mal meine Rasugen. Nützt nix. Für die Patient. Kann ich noch schön genüsslich Kaffee trinken. Ach. Ach. Was hat denn gerade? Okay. Ja. So langsam lebt er sich ein. Der gute John und seine Familie ist jetzt auch wieder da. Tja. Dicht am Black wurde. Wie man es aus dem ersten Teil auch kennt. Hey. Hey, 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 hey. So. Ja, ja, fähre die Rachel. Oh. Oh. Für den kriegst du nochmal was schönes. Damit du wieder ein bisschen fit bist. Hier kriegst du noch was. So. 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 Ich bin gleich wieder da. Dich brauch. Well, bitte. Take a seat. Äh. Äh. Warum komm ich hier? Mich zum Spaß. Rasier mich. Extra glatt rasieren? Ne. Wie will denn so was? schneiden gesamter Bad ja so kann ich sogar konturen haare mittelscheitel das war es so wie beim letzten mal alles easy danke ach na jetzt pisst es auch noch schöne scheiße ja 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 ja